Hallo und herzlich willkommen hier bei Kettler im Kopf. Ja heute geht los und wir düngen. Ich hätte doch die Lichtanhängen müssen, na gut egal. Erstens machen wir ganz kurz unser Lenkung an, ist bald eingeschaltet. Da müssen wir mal ganz kurz gucken, wir müssen, das sieht ganz gut aus, wir müssen ein bisschen nach links fahren, ein bisschen. Okay, und zwar Arbeitsbreite. 24. Mal schauen, ob wir es nicht direkt bekommen. Nach vorne schauen müssen wir schon, aber nachdenken, 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 was ich machen wollte vor allen Dingen. Das war das Feld erwischt, ne? So, genau. Da ist das nämlich, jetzt soll da ein Lenkengreiter sein, ne? Da sieht man aus. 12 Meter. 30. 37. 42. So. Geben wir auch ein bisschen mehr rein. 200 Mal. Und anschalten machen wir nachher mit B-Taste. So. Da müssen wir hier mal gucken. 42. Meter. Das können wir eingehen. So. Jetzt muss ich ja immer sehen, dass ich es, äh, justiert kriege, ne? Das heißt, das wird dahin gefahren bekommen, wo ich, äh, was haben möchte. Was schiebt denn hier wohl eigentlich? Was schiebt denn hier wohl eigentlich? Was schiebt denn hier wohl eigentlich? Die wollen ja rüber, ne? Oder hier. Was schiebt denn hier? So. Da kann ich doch mal einen Dern � utmost, oder auch sogar nach links wieder einstellen war das perfekt so lecker automatisch Tee, Gas die düngen mal gucken mal gleich wie das funktioniert jetzt wird etwas heller vielleicht wird es ganz gut sogar die wollen ja hier ein bisschen weiter aufbringen die brauchen eine reiche Ernte für ein bisschen kneten das muss sich ja so weit rentieren das wird im nächsten Jahr sagen können du kannst auch ein Feld kaufen um später mal auch entsprechend eine andere Fruchtsort machen zu können Mais zum Beispiel geht aber nur wenn wir entsprechend Geld haben und Maschinen uns leisten können das kostet ja auch Miete oder es ist ja Miete in den Kautronen das eine oder andere müssen wir eh kaufen Anhänger würden wir kaufen mittelgroß mittelgroß da haben wir eine B am besten dann geht das schon da haben wir eine Ecke nicht gespreut ja gut das wird nie man ja ganz größer wird später ausschalten ja mal schauen ob nächstes Jahr ich war draußen ob wir nächstes Jahr mit Gülle fahren können anfangen oder mit Gärreste muss ich mal schauen ob da was so vorhanden ist ich denke man will doch einfach da sein entsprechend ja einer Maischen gefahren hat die BGH auch getrieben ist wir haben nicht ganz wir haben einen blauen Strich oder wie das macht nichts das sind einige Bereiche wie gesagt das ist ja nicht gedüngt worden oder naja gut man lernt nicht aus ne so Bereitschaft bisschen später eingreifen geht nämlich sofort in die Richtung automatisch ne naja nein 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 das geht ganz gut ne also düngen geht ziemlich schnell die Gruppe in Bayer ein bisschen oder hier die Aussage war ja ein bisschen extrem also sehr sehr fleckig teilweise gut ist halt so ne Dünger wird knapp so haben wir ein Ei da musst du noch mal ein paar Tage warten da ist ungefähr Juni Juni ist es heiß jeder Region muss ich zumindest drei Wochen schlafen oder heute darf wachsen das ist ja hier nicht so wie im LS wo im Prinzip ja unterhalb von ein paar Tagen gewachsen und reif ist hier muss man der Tierarzt durchspüren hat mal einen anderen Anreiz ne hoffen wir dass mal eines Tages hier auch äh andere Karten zur Verfügung gestellt werden aber mal schauen muss man eine fertig machen ne das ist ja auch nochmal oder sollte zumindest gemacht werden ne hier hat er einige Stellen nicht die Aussage gemacht warum weiß ich auch nicht denn das erste Ende hatte ich ja nach vorm Update gemacht also rechts und hier nach dem Update da aber auch auf einem anderen Zelt da habe ich es aber auch äh ohne die Gestellten mitgekommen warum es so ist keine Ahnung da sind die Spuren vom Faktor aber um aber die Gruppe beseitigen müssen Nette ich würde uns nicht gerade Abend machen wenn wir leben Dünger 7007 dafür knapp pro Fahrräder müssen Dünger aber nicht viel 800 ungefähr oder 700 ungefähr ja irgendwann geht die Automatik voll rein ne das ist ja blöd mit sparen steif wieder jetzt können wir ja schmaler einstellen und man sieht den Pummi mal aus denn normal mit 42 Meter hin zu knallen wäre ja blödsinn ne dann würde er aber erst auf einem anderen Feld arbeiten und hier ist ein Plus und dann können wir uns auf was ich hier 3 Meter einstelle oder 4 das geht das geht halt so wenig wie möglich das gelbe Spitzen das ein Zeichen ist für Düngermangel ich meine diese hellen Stellen das ist sowieso ein Zeichen dafür ne wenn so hellgelb ist ne so wenig grün wenig grün das ist meistens aber laut Wert von der Karte war das 4 entsprechend hier reicht genau so weit von dann haben wir nur hier vorne noch etwas fehlt naja gut kann ich vielleicht mit leben jetzt müssen wir selbst im Plus ein bisschen nacharbeiten so D vielleicht wieder auffangen zack jetzt fahren wir in Richtung ach fäll ich nehme Vollgas dann hier ja das macht er zu gerne also die Spur ich will erfahren du ja tolle dann müsste ich sonst aufmachen aber das will ich jetzt gar nicht machen aber ich muss das eh neu einstellen im nächsten Feld dann habe ich wieder einmal einen Winter Takt ruckelt wir wollen doch hier weiter arbeiten ne also ich muss kurz ausschalten ne ausschalten so wir haben sie ok die Lenkung muss ich kurz zu aktivieren sonst äh war noch nichts abschätzen ganz grob aber zu weit dann muss ich ein bisschen nach rechts fahren dann muss ich ein bisschen nach rechts fahren grob schätzen Bremse so ich habe noch tausend zwar noch was und ein bisschen Winkel ändern gut ich werde das hier mal ein bisschen reduzieren wir haben tausend und ich habe ein bisschen mehr gebraucht obwohl das Feld ist größer müsste reichen normalerweise so Arbeit nicht aktiviert ich glaube nicht jetzt erst kontrollieren soll dass es auch entsprechend passt naja gut ich muss ihn so gleich ausmachen und dann sehen dass wir da einstellen dass er automatisch fährt ne weil mir geht es auch zur Not dann machen wir ganz kurz wenn wir vorher aufschauen wechseln nächstes Spur bringen jetzt gleich wieder und B äh an dann lenkt der Leiden dann nennt der Leiden das ist ganz wichtig bei Feldarbeit ist es schön dann hast du wenig Verlust zu halten das Feld ist im Ganzen etwas dunkler wie wir es machen mit dem ja jetzt ist das Feld naja mal schauen obwohl er so gesehen ein bisschen hat auch gelbe Spitzen ich glaube hier an sich ein bisschen mehr gedüngt außer dass das dunkelblaue angeht da habe ich vergessen gehabt anzuschalten gut ist halt so ne so liebe Schauer das soll es auch schon für heute gewesen sein jetzt soll mal für den Dank fürs Reitschauen oh ich muss rechnen ich glaube das ist der Schoß fest so 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 hat er gehabt könnte sein dass es ist mal kurz rechnen tschüss 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 Tch